Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3, dem Fantasy-Mod-Pack. Ja, und ich bin natürlich hier nicht alleine, ich hab hier eine wahre Legende von Elbemherrscher drinnen. Sie kann besser zaubern als Galadriel, besser Bogenschießen als Tranduil und besser regieren als Elrond. Das ist auch nicht schwer. Es ist unfassbar, Tani ist einfach wieder am Start. Hallo, also du hast die Messdate gerade bei allen drei Kategorien nicht sehr hoch gelegt. Hallo, Galadriel ist eine krasseste Zauberin in Mittelerde gewesen, oder nicht? Oder immer noch? Ja, sei froh, dass sie in Mittelerde ist, woanders schätzt sie keine Schnitte. Ja, in solchen Lutscher-Universen hier, wo man hier schnipp-schnapp-Planet weg, das zählt ja nicht. Was, schnipp-schnapp-Planet weg? Was kennst du für andere Universen? Ja, weiß ich, Dragon Ball oder so zum Beispiel. Das macht aber Sinn, wieso soll Galadriel in Dragon... Hä? Das ist mir gerade alles eingefallen. Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie weit bist du denn noch von deinem Großkönigreich eigentlich entfernt? Ein Stück. Aber nicht mehr so weit. Deine Basalen ergeben dir gleich einen zweiten Königstitel da unten, ne? Die erobern komplett... Ich hab schon den zweiten Königstitel. Ja, hast du da gehalten? Nee, ich brauch trotzdem noch ein bisschen Land. Aber vielleicht krieg ich das ja durch Seaspear jetzt gut dazu. Das ist es. Also ich muss jetzt gucken, was ich jetzt gleich, äh, habe. Ja. Ich bin aufm... Bin noch nicht ganz da, aber auf dem Weg. Ich muss auch die Titel erst mal gründen. Und nicht so einfach. Das ist noch nicht das, was ich brauche mit der Religion. Na gut. Äh, ich muss warte hier ein bisschen was ausbauen. Ähm, hier zum Beispiel. Das hier würde ich gerne noch ausbauen und hier kann ich ja auch schon raus ausbauen. Hier Palisaden oder so. Der hat ja eh ein paar Jahre, was das fertig wird. Das da bräuchte ich halt. So, ihr hier vorne. Ihr seid mit dem hier unten verbündet. Da muss ich jetzt eigentlich reingrätschen. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? In wie viele Armeen hat sich das jetzt hier gesplittet? In sechs oder fünf? Oh Gott, ey. Das ist ein bisschen viel. Ähm, wem gebe ich denn das? Irgendeinem Sohn von mir. Oh, das ist Wolfi, komm. Ich gebe hier Wolfi das. Wie viel kann der tragen? Sehe ich nicht. Scheiße. Okay, kann er noch einiges. Das ist gut. Ähm. Grand Title. Ja. Wie ist der hier denn so? Oh. Okay, deine Vasallen kriegen das alleine da unten gerade nicht geschissen. Die versuchen gerade deinen ehemaligen König komplett zu erobern, aber die haben auch so ein paar Probleme, glaube ich. Ja, der ist ja auch nicht easy, der ist ja auch stark. Das ist ziemlich dumm. Ja, ich dachte, ich dachte, also ich kenne deine Vasallen, ich dachte, die machen den easy weg oder so. Ich weiß jetzt nicht um das Potenzial deiner Vasallen, also meine sind recht scheiße, muss ich mal so sagen. Ich meine, ist eigentlich gut. Aber. Vielleicht versuche ich einen hier in Spanien so ein bisschen gut zu machen, dass er für mich hier mal so ein bisschen nach der Rolle oder so. die hat ja automatisch, weil das zum Land dazugehört. Ah, okay. Das ist easy. Ah. Das Wolfi. Genau. Genau. Easy. Wie gesagt, ich habe immer noch zwei. Ach so. Äh. Tja, werte Zwergenverbündete, ich werde euch sehr gut in Erinnerung behalten. Ah, eure Zeit ist schon mal abgelaufen da oben. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt muss ich mal hier gucken. Ah, fehlt noch ein bisschen was. Komplett neues Imperium. Also ein komplett neues Kaiserreich. Hä? Das dauert noch ein kleines bisschen, aber so krass viel fehlt gar nicht mehr. 24 fehlen mir noch. Okay. Das kriege ich hin, wenn ich den Rest... Obwohl, wir sind da, ist halt noch. Äh, zeig mal her. Das ist nur eins. Zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, zwölf. Das reicht halt nicht. Ich brauche halt mit 24, ich brauche nochmal zwölfe. Also, das Kaiserreich hier oben, das Mittelerde werde ich nicht gründen können. Da brauche ich noch was anderes. Ich muss ein freies gründen direkt. Da brauche ich, das dauert noch ein bisschen. Also, nicht mehr so weit davon entfernt, aber schon noch ein Stück. Aber schon gar nicht so schlecht mehr. Wenn Gnomora mal richtig geschwächt ist, ne? Wenn Gnomora mal richtig geschwächt ist, ne? Ja, ich warte die ganze Zeit. Ich will ja gegen Gnomora was unternehmen, aber... Also, gegen ein ihrer Bündnispartner, aber Gnomora ist halt stark. Ja. Gnomora ist echt stark. Tja, das, äh... Das dauert wahrscheinlich so ein bisschen, oder? Was? Na, ich warte hier, da ist hier irgendwie mein Krieg. Achso, oder? Ich versuche gerade was. Können die schief gehen? Ja. Können wir. Ne, hat geklappt. Okay. Bis zum Henker. Okay. Okay. Einfach mir un-domain in der Nahe. Achso. Ich müsste dir also quasi ein Vasal geben. So, bitteschön. Nicht mehr mein Problem. Okay. Was macht er hier eigentlich gerade? Boah, da wie viel? Ja, boah, das ist das, was ist das, was ist das? Äh... Äh... Ja, gut. Sind die Ortschaften noch immer miteinander verbündet? Ach, scheiße, ey. Deren Bündnis geht halt auch nicht weg, ne? Nee. Ja, zusammen haben die halt schon so 10.000 Orts, ey. Das ist natürlich... Formulogger 20.000 bis 30.000, um die wegzumachen. Das wird sehr anstrengend, wenn wir das versuchen. Äh, ich glaube, erstmal hier oben kann ich es festlegen. Ich hätte gerne mal mein Schwert weitergemacht, aber irgendwie kriege ich nichts. Hä? Wieso haben die den Selina genommen? Freunde, würden Sie bitte von meiner Stadt weggehen? Das finde ich nicht lustig hier. Auf die Schnauze! Was ist denn da, heu? Verdammt. Ist das jetzt ein Bündnis mit denen? Das wäre jetzt mega funny. Ich habe erstmal schön, schön Vogelgezwitscher will. Das kriege ich, das ist ja alles klar. Ah, der hat gedreht. Warte, warte, warte. Zwei Monate, es geht ja schnell hier. Das könnte ich jetzt sagen, oder was? Was könntest du sagen? Ah, okay, das ist meins. Nice. Okay, hat gut funktioniert. Äh, ne, alles gut. War hier bloß so ein Event-Ding. �aud3-Ding. Okay. 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 Oh, kritisch. Und hier, dann heiße ich, oh, scheiße. Was, der hat meinen Sohn ins Gefängnis gepackt? Junge, was ist los mit dir? Wow, mein Sohn, Zock und Leani kämpfen zusammen. Soll ich meine Hilfe anbieten? Ich meine, das ist eigentlich der Moment, rein zu grätschen. Wo rein grätschen? Wir sind mit ihnen zu helfen. In dem Krieg? Nee, darf ich nicht. Hä? Warte, ist das etwa nicht mal ihr Krieg? Doch, die sind Angreifer, wieso darf ich denen nicht helfen? So. Das ist mir bewusst. Okay. Nee, den geht's darum. Das hat ja schon mal funktioniert. Draco. Hi. Nee, den geht's um was anderes. Den geht's um was anderes. Scheiße. Da helfe ich denen aber nicht. Sollen sie es selber hinkriegen. Oh, ich muss Stress abbauen dringend. Oh, ich muss mal noch umstellen. Das sind Orks. Wo kommt denn die ganzen Orks eigentlich her, ey? Hab ich ganz vergessen. Fällt mir gerade ein. Hast du ein Problem mit Orks? Oh ja. Oh, ja. Oh, du hast mehr eingenommen da unten. Kann das sein? Ja, ich versuche mich in Spanien zu festigen. Und man sieht es. Ich würde ihnen gerne helfen, aber ich darf halt nicht. Gegen deinen König oder was? Das ist ein Holy War. Ei, ei, ei. Ta. Okay, Moment. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier ist gerade einiges zerfallen. Ich könnte jetzt natürlich gegen die vorgehen. Das wäre relativ easy. Oder ich nutze die Chance und versuche ein Ork-Folk hier wegzumachen. Ich habe vergessen, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm. Was bist du denn? Du bist... Was? Ein Gobkin? Was ist denn ein Gobkin? Ein Goblin und... Willst du das wirklich wissen? Was ist denn ein Gobkin? Ein Goblin und ein... Keine Ahnung. Und was bist du? Du bist ein Ogre. Okay, die Kombinationen hier werden langsam sehr strange. Mal kurz anmerken. Ja, das wird nicht besser. Ach, das ist da oben. Ist das schon klar. Das ist da oben in dem Ogre-Königreich hier. Was ist denn? Was ist denn? Hopkins, ey. Sehr kreativ. Scheiße, ey. Das ist jetzt natürlich um die hier. Oh Mann, Leute, ey. Glaubst du, ich schaffe 500 Orks? Bestimmt, doch. Mit wie viel Truppen hast du? 12.000? Oder wie viel Truppen du hast? 12.500 Orks? Oder 1.200? Mit 12.000 schaffst du 500 Orks, ja. Ja, meinst du? Ja, schaffst du. Wenn die sich aber seltener kaufen, auch seltener bist du am Arsch. Die haben kein Gold. Dann ist gut. Ah, ist er bei Oax, ey. Wobei, denn der hat 30 Militärstärke. Ich habe 40. Ich bin sogar stärker wie der mittlerweile, weil ich ein Gott bin. Okay, warte mal. Sein Einzelverbünder ist der Spacken hier oben. Der kommt halt niemals hier unten hin. Das muss ich eigentlich nutzen. Dann habe ich hier ein Ork weniger in Spanien. Das muss ich einfach nutzen. Ich kann nicht das anders. Das wäre dumm, wenn ich das nicht machen würde. Dann gehe ich auf Wirtschaft. Achso, du hast angehalten. Ich kann jetzt nicht weiter. Du hast... Mann. Das ist nur mit den Neutendos. Was gibt es jetzt hier Bauernaufstände? Was macht Leute? Ich habe zu tun. Gehen Sie mal wieder weg hier. Ja, schön. Was macht mein Vasaiche? Ich glaube, ich gehöre zu dem hier, ne? Oh, da kommen die Orks. Easy. Wie kommen wir da? 80. Das ist ein Ork, der sich abgespalten hat. Scheiße. Na, egal. Was die Orks in Spanien schwächt, finde ich gut. So, das hier habe ich alles bekehrt. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich nur erstmal das Sammeln wieder. Okay. Das ist interessant. Oh, der hat ein legendäres Schwert. Äh, nicht legendär. Ein exzellentes Schwert. Okay, da werden wir ein paar Bauern gleich aufmucken anscheinend. Okay. Ich mache ganz dringend Gold. Ich glaube, ich gebe immer hier gerade was da unten. Äh, Kollege? Du kriegst das hier, bitteschön. Ich habe sauviele Leute im Gefangenschaft von Guiding Live. Das finde ich interessant. Okay. Ich habe schon mal gut gelaufen hier. Ich muss ganz dringend sein. Ich muss ganz dringend sein. Königin ganz dringend Stress abbauen. Sonst komme ich in Schwierigkeiten. Ah. Die ist fast bei drei Punkte. Die ist ganz knapp an drei Punkte dran. Da habe ich die Chance bei den Orks genutzt. Jetzt schnappt mir hier jemand was anderes weg. Wahr zu erwarten. Sehr schade. Ja, eigentlich. Ach, du bist der. Okay. Äh, ja, die Söldner laufen gleich aus. Ne, ist okay. Ist auslaufen. Okay, dann sind die gleich weg. Dann gehe ich, glaube ich, gegen die anderen Orks hier vor, solange die keine Bündnisse haben. Also das Ork Königreich, da traue ich mich nicht ran. Die haben 5.000 Soldaten. Ne, ich mache mich weg. Danke. Aber die kleinen Orks sind die Söldner. Das ist ein bisschen kritisch. Lol. Das ist wieder jemand nackt. Warum sind die überall alle nackt? Meine Fresse. Kann man nur so sein. So. Jetzt. Jetzt ist der Moment. Kann ich den ganz einnehmen? Ich könnte ihn, ich könnte einen Ork als Vasallen nehmen. Eieieiei, wenn der sich gleich noch verbündete holt. Da gucke ich aber ganz schön dumm. Das wäre eigentlich nice. Wer ist der Nachfolger? Komm ja. No whisk no fun. Oh Gott. Das werde ich so befreuen. Was tust du da? Ich versuche einen Ork zu vasalisieren. Ja, lass auslaufen. Ich bin fest. Bitte, bitte, bitte. Do it. Und gleich Stress abbauen, bitte. Nee, hier wollte ich nicht hin. So. Tatea. Oh, der braucht aber lange. Ja, ein bisschen schwach auf der Brust hier. Voll ein Freund. Oh. 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 In den Knast geworfen. Was hat es denn da passiert? Könnte bei mir gewesen sein. Bin ich mir nicht sicher. Sag mal. Was? Hab ich dir irgendwas getan? Hast du nicht? Der war doch bestimmt bei mir. Der war doch bestimmt bei mir. Mein Grandson. Das ist ein guter. Ja, entscheidend nicht. Dann hätte ich endlich in den Knast geschmissen. Das ist ja wohl... Das ist... Aha. So. Schon wieder kritisch. Nein. Dann würden Sie bitte von dieser Stadt weggehen. Die würde ich jetzt gerne einnehmen. Ich hab keinen Bock, dass so ein kleiner Gnome mein Lover wird. Da hab ich aber gar keinen Bock davon. Sorry, aber nein. Kleiner Gnome. Das war ein kleiner Gnome. Ja, gehen Sie mal da weg hier. Das ist die Stadt, will ich hier belagern. Was macht er hier? Es gibt zweimal Lady Tanita, die zweite. Alles klar. Oh, shit. Jetzt ist es passiert. Wer ist das? Ähm. Bitte was? Wo? Da unten? Okay. Mit wem ist der verbündet? Oh. Wer ist das? Meine Vasallen haben es geschafft. Uh, meine Vasallen haben es geschafft. Geil. Alles gut gemacht. Nice move, Freunde. Nice move. Oh nein. 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 Warum denn nicht? Wer ist das? Hier wird es vollgegeben, aber ganz, ganz viele. Okay. Das ist nicht gut. Okay, ne? Äh. Äh. Wild Rumble in Spanien. Jeder, jeden hier. Alle voll jetzt die Orks, ey. Äh. 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 Nackter Mensch, geh weg. Was hab ich jetzt, äh. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. verwandelt, oder was? Was anderes machen die da oben noch nicht. Ach, wow. Oh, die kloppen sich gerade schon. Ich werde meine Armeen, glaube ich, erst mal wegmachen. Und die dann mal da oben neu ausheben, weil bis die dann hochgezogen sind. Das dauert dann ewig. Ähm... Ach du Scheiße. Der ist schon vorbei, der Bauernaufstand, wo besoffen das keiner. Ich muss leider... Kein Risiko. Achso, war ich gerade. Ich bin schon unterwegs. Okay. Also nicht da drauf drücken, sonst bin ich gleich wieder... ...griff bei eichen Religionen gründen. Ja, da, äh... Ja, da muss ich echt aufpassen gerade. Sollst du dann vielleicht auch nicht tun. Ne, mach ich auch nicht. Echt, also... Was mit Religion? Ja, da drück ich nicht mehr drauf. Hallo, das ist mein Ork. Ex-Rei-Urlauben. Verschwindet. Was wollt ihr hier alle? Was machst du da unten? Ja, ich versuch, diesen Ork zu vassalisieren und jetzt wollen die anderen auch noch Gebiet von dem haben, ey. Ja. Da sind sie alle ganz schnell dabei, wenn es heißt, es gibt was. Ja, der König im Norden, der König im Süden. Jetzt wollen sie ja alle hier, kommen sie alle angescheißert, ey. Ja, klar. Normal, die wollen alle was haben. Ja, aber nicht nachdem ein 12.000-Mann-Spieler hier den Krieg erklärt. Dann komme ich hier nicht mit meinen 700-Mann angepimmelt. Ja, das ist ja unsere Geschichte. So, Kollege, wenn Sie bitte mal aufhören, die Stadt zu beladen. Ja, das will ich aber auch meinen, dass sie hier mal verschwinden. Ich habe den hier alles gefangen genommen. Äh, hoffenweise Kinder, ey. Hm. Oh, jetzt kommt der, wer bist du? Ja, der 2400 Mann, das ist ja schon ordentlich. Das ist aber nicht der Ork, oder? Der ist nicht der Ork. Okay. Ähm. Der ist ja echt, oh, scheiße, ey. Ach, das ist ein Vasall von dem, oder was? Das ist, oh, ich dachte schon, dass das südliche Königreich macht hier mobil. Das ist nur ein Vasall von dem. Gnomling. Jetzt habe ich echt ein Gnomling zur Welt gebracht. Oh, das ist schon ein bisschen weinlich. Okay, wie hast du das hinbekommen? Wie ist so etwas, äh, möglich? Das war so, das war mein Arzt. Ja, dass dein Arzt da irgendwie, also, dass, äh, dass da irgendwie, das ist mir schon klar, dass der involviert war in dieser Prozedur, aber wie so ein Gnomling. Ja, mein Arzt. Schwierig. Ja, wie dein Arzt? War eine Untersuchung. Was? Schwierig. Okay, red mir nicht drüber, ja. Ich möchte da, ich möchte da nicht drüber. Wie kommt ein Gnomling da hin? Gnom mit Hochelfenblut, oh, dass ich das noch mal sehe, hätte ich nicht gedacht. Was sollte man eigentlich auch nicht sehen, aber gut. Hä? Kommt der jetzt irgendwie von mir, oder weil wir ja irgendwie Bündnisse haben und deswegen irgendwie Gnomling, oder? Äh, nee, der kommt nicht von dir. Mh, mh. Hätte ja, ich weiß es ja nicht, hätte ja theoretisch sein können, ne? Also, wo, 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 woher kommen diese ganzen Gefangenen denn hier? Ich, ich kriege ja schnell da Gefangene dazu, als ich sie verkaufen kann. Was machen die denn hier, ey? Könnt ihr mal meinen zukünftigen Vasall in Ruhe lassen? Das ist ja wohl eine Frechheit. Stufe 2, geil. Oh, nice. 88 Stress abgebaut. Das ist gut. Richtig gut. Ich hab gehört, ähm, sich selber auspeitschen baut auch sehr viel Stress ab, tatsächlich. Kein Interesse, nein danke. Manche stehen ja drauf, also. Immer noch kein Interesse, nein danke. So, Pause. Hier ist ein Skill für die Hohne. Wirklich? Was bringt der? So, du magst mich nicht, das kann ich verstehen, mein Freund, aber du wirst mich... Lol! Nein, haben die nicht gemacht! In was für Folgen bin ich jetzt doch bitte drin? Gegen den Spacken hier? Ich möchte Zentaurin als Armeen anheuern können, ja, finde ich gut. Ich erfurch das. Es gibt neue Forschungen, es gibt neue Forschungen, möchte ich kurz an der Folge jetzt mal in der Stelle sagen. Es gibt, ich hab zum Beispiel jetzt eine Forschung, die ich jetzt machen kann mit meiner Herrscherin. Ähm, für die Horde heißt das. Da, wenn ich das gemacht habe, kann ich... Das ist geil los. Wenn ich das gemacht habe, kann ich Goblin-Armbrust schützen, Ogre, Org-Archer, Wurgenreiter und Grinskin-Grounds, weiß nicht mehr was das ist, rekrutieren. Und es gibt, da hat man was anderes jetzt freigeschaltet, das heißt Beast-Mastery. Wenn ich das erforsche, kann ich Zentaurin-Armeen ausheben und Beast-Horden ausheben, also Bestien-Horden ausheben. Ja. Ich erforsche mal das Beast-Horden-Ding. Zentaurin klingt geil. Zentaurin hätte ich gern. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Oh oh. Nein, nein! Nicht wieder Critical Stress! Was? Die Stressprobleme? König, du weißt, wo die Peitsche ist, ne? Also, alles gut. Wow. Das ist ja ein bisschen wahr. Ey, ich bin jetzt hier halt in zwei Folgekriegen drin, weil ich den Org hier vassalisiert habe. Das finden die anderen jetzt nicht so geil. Da muss ich jetzt irgendwie rauskommen. Alter, was ist denn hier los? Hier ist ja ein halber Weltkrieg ausgebrochen in Spanien. Ja, hier auch, ey. Mann, 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 ey. Oh, ich kämpfe mit Leani ein bisschen. Ja, cool. Ja, ich kämpfe. Hat die jetzt auch ein Schwert bekommen, ein besonderes? Die hat sich auch ein besonderes gemacht. Oh, cool. Ich habe gerade geguckt, yay, Bloodrayne hat nur noch ein Bündnis. Fuck, es sind immer noch die anderen Orgs. Also, ganz ehrlich, ich habe mehr Angst vor Wolf denn als so Bloodrayne. Obwohl? Oh, vielleicht doch nicht. Die sind auch gut geworden. Okay. Das Schlimme ist, dass die beiden halt immer noch miteinander verbündet sind. Ja. Die werden halt beide stärker und sind miteinander verbündet. Aber ich habe ja ein Zeichen gesetzt. Ich habe ein Org-Volk vassalisiert. Ja, ja. Habe ich eigentlich wieder Leute bei mir, die ich mal irgendwie zum besseren Glauben bekehren kann? Ja, kann ich. Ja. Okay, heute mal, ich habe keine Heiraten. Oh, nein. Meine Söhne, Färben. Mein König kriegt Stress. Oh ja, du kannst tatsächlich hier, den Posten kriegst du, ein Org in mein... Warte mal, Moment mal. Du siehst aber nicht mehr sehr orkisch aus. Bist du irgendwie untot? Das wäre krass. Nee, du bist ein Berserker-Org. Du bist halt nur scheiße alt. Du bist schon 75, deswegen sieht das so alt. Sieht das so aus. Ähm... Ui, ein Oga-Org. Ein Oga-Org? Alter, die ist zwei Jahre, hat jetzt schon 26 Kammstärke, weil die Oga und Org ist. Na toll. Dann weißt du, wo die abgeht, ne? Ja. Ja, ist ja meine Vasallin oder Vasall dann, also. Jo, ist doch gut. Ja, genau. Ihr macht mal die hier weg. Oh Gott, ich muss da unten irgendwie mal reingrätschen, ne? Ach, was macht ihr denn hier? Naja, ich habe mich halt auch wieder was ausgelöst, ey. So, Moment, kann ich jetzt schon mal weißen Frieden machen. Ja, hier, machen wir hier weißer Frieden, ey. Jetzt muss ich kurz mal was gucken. Moment, nimm das an, du Lappen. Okay, Problem 1 erledigt. Ähm. Boah, der, der Org ist aber schon echt gut als Kriegsmarschall, das muss man schon mal sagen, ey. Okay. Ah, okay. Ich frage jetzt, muss ich das haben? Was tippelst du dann schon wieder rum? Googelst du etwa? Ja, ich musste kurz was übersetzen. Ah, ja. 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 Ne, 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 hier nicht weglaufen. Ne, 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 hier, bleiben sie hier. Jawoll. Ins Gesicht. So, macht ihr jetzt hier weißen Frieden. Ja, endlich, ey. Freude, lass den Quatsch mal jetzt hier beenden, ey. Ich muss mein Handy regulieren. So. Kann ich jetzt nichts machen. Okay. Okay. Nice. Okay, das funktioniert alles sehr gut. Du brauchst. Das gucke ich selber. Das haben wir fertig gebaut. Wo ist die bitte? Was? Siehst du aus, dass meine Reichweite wirst du mich verarschen? Das ist auch eine Hochelfe, die wird ewig leben. Die wird ewig leben. Das ist auch eine Hochelfe, das ist halt scheiße. Ach, die Bauern-Truppe mal wieder, ey. Kann ich ihn eigentlich auch? Äh. Das ist schon schwierig. Hier sind halt nur noch irgendwelche Königreiche. Jetzt. Ich bräuchte halt mal. Ich glaube, hier komme ich jetzt gerade echt nicht so weiter. So auf Anhieb. Lol, was? Halt, stopp. Timer? Hä? Ich muss mal was gucken. Alles klar. Was ist das hier? Achso, ja, den den gefangen kannst du wieder haben. Aber gar kein Problem. Dangerous Faction? Was? Military Power 3%. Wieso ist das denn eine Dangerous Faction? Okay. Also, komm mal, ich gebe dir hier sogar was, dann kannst du mir noch besser leiden. Ja, äh, das hier vielleicht? Das sind deine Kinder, oder was? Ich muss mich wieder auspeitschen. Easy. Das sind deine Kinder? Ah, okay, lol. Was sind meine Kinder? Mir wird dir gerade was vorgeschlagen. Das sind deine Kinder. Junge Kinder. Ich weiß nicht, was meine Kinder gerade so treiben. Ich, äh. Nee, ich suche nämlich nach jemanden. Ich hätte gerne noch so ein bisschen Intelligenz in meiner Blutlinie auch mit drin. Also diesen Pirk extra. Ja. Der, der 19 ist bei dir. Kann ich den als Nebenpartner mal eine Weile haben? Du kannst ihn irgendwann auch verheiraten, dann. Ja, also los. Ich schicke das mal. Was nicht anderweitig was zu tun hat? Nö, sieht nicht so aus. So, ähm, das sieht doch schon mal... Wobei, hier oben ist er noch nicht fällig. Suchen wir dir mal eine Hochzeit. Warte mal. Das ist ein Problem. Ich gebe es zu. Okay, komm, okay. Ach, die sind halt immer noch... Das macht es auch nicht besser. Das ist halt... Weiß sich das mit jemandem? Hm. Genau, komm, in mein Haus. Macht er nicht, okay. Ah, da gehen wir jetzt in die Richtung. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. 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 Ja, das war's. Okay, ähm, wo hab ich denn ab? So. Wie sieht's aus mit deinem Großkönigreichstraum? No, geht in die gute Richtung. Es läuft, es läuft. Das hört man doch gern. Jetzt kommen, ey, jetzt kommen die Bauern an. Wenn man hier wieder im Krieg ist, ne, dann kommt sie an. Yeah, Ultimatum. Das können die Bauern, ey, das können wir. Na, die wollen das einnehmen. Naja, einnehmen wir sein, passt schon. Was, Hanni? Was ist denn hier los, Alter? Ja, easy. Sieben Monate? Ja, komm. Die brauchen für die Belagung sieben Monate, ich drei. Ist schon ein geiler Unterschied. Dann haben sie ja nicht mehr viel, wenn du dir das Stückchen da auch noch snackst. Ja, aber lustigerweise ist das noch nicht, wo meine heilige Stätte ist, die ist halt bei Faye Forest da rum. Wieso eroberst du nicht erst das? Weil mich die Ecke übelst stört. Das zerreißt mich so ein bisschen. Optisch. Ja, also, ne. Wieso kommt da? Ähm. Wo kommen diese ganzen Gefangenen? Ich verstehe das immer noch nicht. Moment. Wer versucht da eine Romanze mit mir? Ja. Joa, okay. Versuch's doch mal. Guck den hier an. Was machst du denn hier? Ja, ob du doof bist? Ach du heilige. Ich muss jetzt runterziehen, ey. Dann geben wir Jörg einfach. Das heißt Halbgötter. Ach, 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 ach. Ich bin nämlich echt gespannt, wann das Game hier auf der kompletten Weltkarte spielbar ist. Das ist halt, ich glaube, da wird das Spiel explodieren. Ja. Aber das wird richtig geil, wenn es so wird. Glaube ich. Ja, so wird das richtig insane. Wie viel Kampfding hast du? Nicht viel. Oh, Sunny hat mich wieder erschrocken. Du Nuss. Nee. Was hast du Sunny gemacht? Die hat mir eine Hand geleckt. Ich bin so erschrocken, ey. So, switch mal bitte. Genau, das sieht doch gut aus. Okay. Ich speichere jetzt bei so großen Aktionen vorher. Nee, es ist wieder so ein Bugkombi mit der Religion. Also nicht wundern. Ja. Ich weiß nicht, was du da machst. Ich erschaffe einen heiligen Orden. Einen heiligen Orden. Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer Vanillapartie gemacht, oder? Kann sein, ja. Hey, ja, 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 schon nicht schlecht, ey. Ein großes Königreich. Oh, das wird mir als feindlich gesinnt markiert, diese Nachricht. Der heilige Orden? Ja. Oh, lol. Ja, gut, wegen Religion, das ist ja... Das ist dieses Religionsding halt. Aber du bist jetzt nicht Game Over gegangen? Nein. Ja, guck mal, das ist doch schon ein besseres Ergebnis als bei der letzten religiösen Sache. Oh, da war... Er kann heiraten. Hm. Hat hier schon wieder eh die Mockentitel verloren, oder was? Hm. Äh, ja, komm, nimmt den Titel mal. Den brauche ich nicht, Kollege, kannst du haben. So, ähm... Liebe, was sei denn, seid ihr auch irgendwie tätig, oder? So, macht ihr auch irgendwie was? Oh, hier. Du verteidigst dich. Das ist, äh... Leute, er erobert mal Land für mich hier, aber was tut ihr denn hier die ganze Zeit? Du hübsst den da oben? Das wissen die selber nicht. Hahaha. Kann ich weiterlaufen lassen, oder eher nicht? Äh, äh, entschuldige, ja. Nein, das ist jetzt lauflich weg, oder was? Ha! Nur eine kleine Armee hier erwischt. Hm. Jawoll. Los, Herr Ork, General, machen Sie Ihre Arbeit. Okay. Sehr gut. Jawoll. Da war der König mit Woll. Dann beenden wir das Ganze mal hier. Zack. Hm, hier. Neu mal. So. So, mein orkischer Freund. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht mehr. Ich würde meinen König auch mal... ...noch unsterblich machen. Hat er verdient. Achso, hier wollte ich. Ich will dir... ...nei, Bart ist cool. Steht ihm. Ach, Ticket zu warm. Okay. Hm? 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 Ja, ähm? Oh, lol. Äh, Herr Ork, würden Sie sich bitte um diese beiden Vasallen kümmern? Wo kommt die jetzt auf einmal her? Bitteschön. Und Bitteschön hier. So. Genau. Na, okay. Mal gucken, ob es klappt. Mal schauen. Äh, lustig. Das habe ich schon. Bon Appetit. Alter, wie viel Gold wir da haben? Oh, bis jetzt. Ich brauche ein paar neue Ritter hier. Oh ja, ein Tier hätte ich gerne. Ein Hund. Cool. Wie kriegt man denn hier, äh, Tiere überhaupt? Äh, momentan nur durch Events, aber ich habe schon eine Mod im Auge. Dass du das Event gezielt, dass du gezielt ein Tier holen kannst, wenn du das möchtest. Ja, so, 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 so ein Tier würde ich jetzt nicht, äh, ne? Also. Mhm. Ja, ich gucke da mal noch, ob der Mod da passt. Kann's. Ähm. Ähm. Also, Gunomora ist mir ja so langsam echt ein Dorn im Auge hier. Hm. Okay, mein Sohn schmeißt die Party. Deine Geschwister da. Komplett. Das ist so geil. Wir sind eine Familie der Götter. Mal gucken, wann die Welt sich gegen uns erhebt. Ich bin gespannt. Ja, das habe ich doch prinzipiell auch, oder? Party ist so insane. Ich finde das super. Oh, Party schon vorbei? Nee, Party läuft noch. Alle aus unserem... Nee, nee, alle aus unserem Haus. Sind noch andere Leute. Okay. Guck, hat er mehr eingeladen. Das ist natürlich nice. Nochmal. Die Party war insane. Ich habe gar keinen Stress mehr. Null. Ist zwar die beste Party überhaupt. So, ne Mann. Kommen Sie mal mit in den Rat. Okay. 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 Wie lange dauert denn das? Acht Jahre. Dann kann ich neue Truppen anheuern. Oh, das wird geil. Wem gehört das? Bitte was? Das kleine Schnipsel gehört dem? Okay. Dann schäbt mir mein Gold mal kurz auf. Not become your soulmate, danke. 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 Jetzt will der sich hier ein Stück hiervon snacken, ey. Och, Leute, ey. Macht mich doch wahnsinnig an, ey. Oh, Gott. Okay, das kann ich als nächstes machen. Nice. Erst mal Gold sammeln jetzt. Oh, Gott, oh, Gott. Was denn? Oh, Gott. Leute, du bist doch ganz schön gewachsen da unten, ne? Also, es läuft bei dir. Ja, hier betteln sich halt alle Königreiche. Mhm. Wie König... Sind drei Stück, vier Stück, fünf Stück, sechs Stück sind da unten. Nur noch Königreiche. Ach du Scheiße. Und alles davon ist ein ziemlich krasses Ohrkönigreich. Das ist schon, äh, das ist schon hart, also. Ich hab grad ein Königreich ein Stück abgenommen und sofort kommen die anderen Königreiche wie die Hyänen und nehmen es auseinander, ey. Die möchten, was, ne Allianz mit mir? Anschließend wollt ihr euch aber auch nicht, ne? Boah, ich mein, ja. Was kann ich denn jetzt schon wieder kreieren für Titel, ey? Ich kann so viele Titel kreieren. Ne, ich musste leider ablehnen. Ne, ne, ich lehne das mal ab. Ne, ich halt leider wieder Stress kriege, weil die in irgendwelchen Krieg ziehen. Iron Hold ist ja auch, ey. Das ist so übel, ne? Ja, die, die, die Zwerge hier in, 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 in Europa, ne? Holy shit, ey. Die sind halt übel. Boah, 7300 Mann und, und es sind halt Zwerge. Ja, ist halt übelst stark. Warte mal, kann ich, bevor ich das jetzt mache? Die sind halt richtig strong, ey. Die sind halt übelst, ey. Komm schon. Ja. Was machst du denn hier schon wieder? Äh, alles gut. Ich habe noch was vorbereitet. Wer ist, wer ist er denn jetzt hier? Oh Gott, Alter. Die Hygienen, Alter, wie sie jetzt alle das Königreich angreifen. Oh Mann, ey. Mich greift hier auch gerade einer an. Gegen dem auch Bloodline. Oh scheiße, Bloodline greift sich an. Also, ne, also nicht direkt, die machen, ähm, hier. Bloodline greift die nicht an, ey. Ein Vasall von denen, oder wie? Ne, 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 äh, ja, Blünderung. Ach so. Boah, Terminus. Boah, Terminus. Tag, jetzt mache ich jetzt so zum Ende der Folge so einen Stress, ey. Bloodline greift mich an, ey. Das wäre mal der übelste Cliffhanger gewesen. Das wäre jetzt, äh, widerlich bitter. Ja, die Blünder da oben nehme ich, die mache ich jetzt weg. Was haben die für einen Typen dabei? Wie schnell die Blünder rein, ra... What the fuck? Aber ich glaube, das, äh, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge, oder? Oder was würdest du dazu sagen? Ja, ja, schon. Sekunde noch. Ich jag die bloß ganz kurz. Noch ein Stickel. Ein Klitzetlein, ein Stickel jag ich sie ja noch. Weil sie es gewagt haben, gerade echt mich zu blündern. Das ist ja auch unglaublich. Das, das macht man ja auch nicht. Wer bist du? Ja, von mir aus können wir machen. Also, meine Pläne in Spanien. Wie schnell die blündern, ne? Die, die stellen dich an die Stadt. Fünf Sekunden. Da sind die geplündert, sind die durch mit Blünderung. Das dauert ein, zwei Tage nur. Das ist, die sind übelst schnell bei sowas. So, wo sind die? Sehe ich die jetzt noch, oder sind die jetzt weg? Ich bin jetzt schon verloren, wenn wir mal kurz gucken. Ich bin jetzt noch, sehe ich jetzt irgendwo. Ich bin schon im Wechseln. Und die irgendwo versuchen auf... Nee. Wo sind die? Sind die bei dir drüben? Hä? In Norden sehe ich sie nämlich nirgendwo. Ähm, hier ist White Moon bei mir. Aber ansonsten, wer ist das hier? Warte, sehe ich die jetzt, wenn ich hier oben bin? Nö, so. Oh, hier doch, Blood Rain. Die, die laufen gerade zu den Zwergen hier. Ja, ja, ich bin da unterwegs. Die haben mich geplündert, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mal gucken, ob ich das schaffen würde. Ja, wo sind sie jetzt hin? Ich wollte gerade sagen, die sind aber schon ziemlich krass, ne? Also... Ich gucke mal, ob ich sie halt kriege, ich weiß nicht. Ach, äh, die laufen gerade Richtung Norden bei den Zwergeninseln hoch. Die laufen Richtung... Die, die, die wagen gerade die, die Zwerge. Ich bin in der Hauptstadt der Zwerge. Ja, die sind ein bisschen... Oh, sie laufen wieder weg. Sie laufen Richtung Süden zu mir. Sie sind jetzt links oberhalb von dir. Ich gucke mal, wie stark die überhaupt sind. Jetzt plündern sie wieder längs von dir direkt. Oh, meinst du, du schaffst mit einer 9800er? Ja, doch, sie laufen weg. Wir können sie vielleicht in der nächsten Folge testen. Ja. Darf ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, jetzt hast du gerade... Wow, jetzt hast du weiterlaufen. Jetzt muss ich noch was machen. So, jetzt. Tschüss. Tschüss.